Hi, ich bin Niklas vom FevoButler und mit diesen drei Tipps schaffst du es auf jeden Fall, dein Airbnb Inserat weiter zu optimieren, damit du zu diesem Top 10% der Ferienwohnung auf dem Markt gehörst. Der erste wichtige Tipp, um dein Airbnb Inserat zu optimieren, ist, dass du auf jeden Fall deine Verkaufsbox optimierst. Schätzungen zufolge braucht ein Airbnb-Gast 7 Sekunden, um eine Entscheidung zu fällen, ob er ein Airbnb Inserat als schön, als gut empfindet, was er buchen würde oder nicht. Und diese ganzen Entscheidungen, ob er etwas bucht oder nicht, die fangen im Unterbewusstsein an. Das heißt, er schaut sich erstmal nur die Bilder an von einem Airbnb Inserat, schaut, kann er sich das vorstellen und dann wird er die Buchung vollziehen oder nicht. Das magische Wort hier ist die Verkaufsbox, was diesen ersten Impuls liefert, ob ein Airbnb Inserat beim Gast gut ankommt oder nicht. Wenn ich auf Airbnb gehe und zum Beispiel in Bad Fallingbost bin, nach einer Unterkunft suche, habe ich viele verschiedene Unterkünfte zur Auswahl. Wenn ich jetzt die Gästebrille aufziehe, dann nehme ich diese Airbnb-Inserate, die mir vom Bild her am besten gefallen. Deswegen scrolle ich hier durch und schaue halt eben, was ist von diesen Inseraten, die auf Seite 1 gerade hier angezeigt werden, welche mir am meisten gefallen. Und da würde ich jetzt auf jeden Fall das hier nehmen, das sticht schon sehr heraus, ist Gäste-Favorit und sieht sehr hell, schön und einladend aus. Und wenn ich jetzt als Gast da draufklicken würde und mir das weitere Inserat ansehen würde, dann habe ich alles richtig gemacht, denn dann habe ich eine gut optimierte Verkaufsbox. Die Verkaufsbox ist dieser Bereich hier, um dein Inserat zu präsentieren. Es besteht aus einem Hauptvorscherbild, wir nennen das auch den Money-Shot, weil das letztendlich das Bild ist, was den Gast dazu bereden soll, auf das Inserat draufzuklicken. Dann anschließend haben wir hier den Titel und was das für eine Art von Unterkunft ist, eine Privatunterkunft in dem Fall. Natürlich halt eben die Buchungsmodalitäten, Stornierungsbedingungen. Dann natürlich den Preis und die Bewertung. Das sind die jeweiligen Informationen, die wir am Anfang als Gast an die Hand bekommen und dann noch das Badge, ob es jetzt zum Beispiel Gäste-Favorit ist oder ähnliches. Und diese Informationen nehmen wir als Gast oder als potenzieller Gast innerhalb von Sekundenbruchstücken auf. Das geht ins Unterbewusstsein und daraufhin entscheiden wir uns, klicken wir jetzt darauf oder nicht. Und diese Verkaufsbox zu optimieren, ist für uns Gastgeber eine der wichtigsten Punkte, um überhaupt Gäste auf unser Inserat zu bekommen. Das heißt, je mehr Gäste auf unser Inserat draufklicken, also hier auf dieses Bild klicken und sich das Inserat ansehen, desto besser wird der Suchalgorithmus von Airbnb unser Inserat auch darstellen lassen in zukünftigen Suchen von Gästen. Das heißt, je häufiger jemand hier draufklickt auf dieses Inserat, desto häufiger werden wir auf Seite 1 angezeigt, desto mehr Klicks bekommen wir wieder, desto mehr Buchungen erhalten wir. Deswegen ist die Verkaufsbox eine der wichtigsten und zentralsten Punkte bei der Optimierung deines Airbnb-Inserats. Für die Verkaufsbox solltest du das Bild nehmen, was deine Unterkunft am meisten charakterisiert und diese auszeichnet. Zum Beispiel ein Alleinstellungsmerkmal, was vielleicht nur deine Unterkunft in deinem jeweiligen Standort hat. Sehen wir uns einfach mal hier andere Verkaufsboxen an, dann hast du hier zum Beispiel sowas, das würdest du nicht buchen. Du hast erstmal einen Preis von 202 Euro die Nacht und siehst halt eben hier nur ein Bild von einem Wohnzimmer und hast keinerlei Informationen zu diesem Inserat. Dann hast du hier sowas daneben, da siehst du halt eben ein Schlafzimmer und halt eben direkt den Arbeitsbereich hin, aber da könntest du trotzdem noch mehr optimieren. Hier siehst du bei der Verkaufsbox eine Dachterrasse und das ist jetzt höchstwahrscheinlich etwas, das haben nicht die meisten. Und jetzt werde ich halt eben natürlich neugierig, oh, ich habe eine Dachterrasse und unter 100 Euro, alles klar, da klicke ich dann halt eben drauf. Das sind halt eben die Sachen, die konvertieren, die letztendlich Gäste auf dein Inserat ziehen. Deswegen versuch das Vorschau-Bild immer zu optimieren, vor allen Dingen versuch auch den Preis, gerade im Vorschau-Bereich niedrig zu halten und natürlich auch gute Bewertungen. Denn wenn deine Verkaufsbox gut aussieht, erhältst du mehr Klicks, dadurch erhältst du mehr Buchung und dadurch erhältst du ein besser performendes Airbnb-Enserat. Kommen wir direkt zu Tipp Nummer 2. Denn dieser tritt genau dann in Kraft, wenn die Leute jetzt auf das Airbnb-Enserat draufklicken und sich näher damit befassen wollen. Wie gesagt, 7 Sekunden braucht der Gast, um herauszufinden, ob das Airbnb-Enserat jetzt für ihn und seine Bedürfnisse zugeschnitten ist oder nicht. Und hierfür müssen wir ganz, ganz wichtig immer die Zielgruppe vor Augen haben. Wer ist der potenzielle Gast, den wir ansprechen wollen mit unserem Inserat? Diesen perfekten Gast, den müssen wir vor Augen haben, wenn wir unseren Inserat erstellen. Und unser Inserat besteht einmal aus dem Titel, der Kacheloptik. Das hier ist die Kacheloptik. Dann natürlich hier aus den jeweiligen Badges, also in dem Fall hier oberste 10% der Unterkünfte, Gäste-Favorit und so weiter. Den Preis natürlich, den Bewertungen und den Ausstattungskriterien. Was wir auf jeden Fall optimieren müssen, ist die Kacheloptik. Das hier, dieser Bereich, diese 5 Bilder. Weil letztendlich ist es immer von der Abstufung her so, dass Bewegmaterial, also Video, Bilder schlägt. Bilder schlagen Texte und Texte schlägt gar nichts. Aber wenn du jetzt endlich ein Airbnb inserat hast, dann hast du nur die Möglichkeit, Bilder zu nehmen, um jemanden zu überzeugen, weil Bilder schlagen immer Texte. Deswegen solltest du alles, was du in deiner Ferienwohnung hast, was irgendeiner Form einen Gast dazu inspirieren würde, deine Ferienwohnung zu buchen, auch in dieser Kacheloptik hervorrufen. Denn du hast nur 5 Bilder Zeit, dass der Gast sagt, wow, das ist genau die Wohnung, die ich haben möchte. Und jetzt schaue ich mir auch die Texte durch. Weil von der Herangehensweise wird der Gast immer zuerst die Verkaufsbox ansehen. Er wird auf dein Inserat klicken. Er wird sich diese 5 Bilder ansehen. Und dann wird er sich halt eben die ganzen Texte durchlesen. Und wenn du halt eben diese Instanzen nicht souverän meisters, als professioneller Gastgeber, indem du hier die bestmöglichen Bilder zur Verfügung stellst, wirst du keine Buchung erhalten. Oder nur spärlich wenig Buchung. Und wir wollen halt eben das Maximalste aus unseren Airbnb-Sacharat rausholen. Deswegen müssen diese 5 Bilder perfekt abgestimmt sein. Wenn du keine Alleinstellungsmerkmale hast, also nichts hast, was deine Airbnb-Unterkunft irgendwie auszeichnet, dann musst du auf jeden Fall alle Räume in irgendeiner Form hier abdecken. Das heißt, das Badezimmer, Küche, Master-Badroom, wenn es etwas gibt wie Community-Place in Community-Place und Außenansicht, dann hättest du nämlich mit deinen Kacheln genau gezeigt, was das für ein Objekt ist, was du da anbietest. Und wenn du USPs hast, wie zum Beispiel eine Dachterrasse, wenn du USPs hast, wie zum Beispiel ein Swimmingpool, ein Whirlpool, eine Sauna oder halt eben auch einen Außenstellplatz, der privat ist, eine Wallbox oder halt eben besonders schön designte Räume, dann müssen die in deine Kacheloptik. Denn wenn wir jetzt nochmal uns auf das berufen, was ich gerade am Anfang des Videos gesagt habe, sieben Sekunden braucht der Gast, um eine Kaufentscheidung zu treffen. In diesen sieben Sekunden hat er sich die Verkaufsbox angesehen, in diesen sieben Sekunden hat er sich die Kacheloptik angesehen und in diesen sieben Sekunden überfliegt jetzt auch die Bilder und in diesen sieben Sekunden überfliegt jetzt auch die Texte und Titel. Und deswegen musst du immer zuerst für diese Instanzen deine jeweiligen Bilder on point haben. In dem Fall hier, das ist übrigens ein Inserat von einem unserer Teilnehmer. Ich habe jetzt bewusst nicht eines von uns genommen, weil Eigenlob stinkt. Wenn ich jetzt hier sage, ey, guck dir dieses Inserat an, das ist perfekt, ist von uns, das ist halt irgendwie immer, ist ganz okay. Aber das ist zum Beispiel das Inserat von einem unserer Teilnehmer, von Denise und Torben, die auch letztens tatsächlich die 50.000 Euro Monatsumsatzmarke mit der Vermietung erreicht haben. Herzlichen Glückwunsch nochmal an dieser Stelle. Und das ist halt eben ein Objekt, was halt eben mit dazu beigetragen hat. Und man sieht halt eben einfach diese Kacheloptik, die ist perfekt gewählt. Das heißt, es gibt hier nur einen Kritikpunkt, eine Sache, die ich besser machen würde. Das heißt, wir haben nämlich hier auf einen Blick gesehen, dass hier ist ein wunderschönes, richtig gut designtes Objekt. Aber hier gibt es eine Dachterrasse und die sieht man halt eben nur, so leicht im Hintergrund. Und hier würde ich lieber in der Kacheloptik noch ein Bild von der Dachterrasse reinnehmen, nämlich dieses hier, um es halt eben noch besser zu vermarkten. Und deswegen, Verkaufsbox, Tipp 1, Tipp 2, hab deine Kacheloptik basierend auf deiner Zielgruppe immer im perfektem Zustand. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Tipp für Ferienwohnungsinhaber in Touristengebieten. Hab immer im Hinterkopf, dass die Leute im Sommer andere Erwartungen haben an deine Ferienwohnung als im Winter. Im Winter will ich halt irgendeine Form Skisport sehen. Ich möchte vielleicht ein paar verschneite Berge sehen. Ich möchte vielleicht ein paar Schlitten sehen und hab andere Ausstattungsmerkmale, die mir wichtig sind. Im Sommer möchte ich dann vielleicht eher Bilder vom See. Ich möchte Bilder von der Umgebung. Ich möchte aber auch Bilder haben, halt eben vielleicht von der Terrasse und dem Grill. Das heißt, es kommt immer ganz darauf an, welcher Zeit du dich gerade befindest und was deine Zielgruppe haben möchte in dieser jeweiligen Zeit. Dann kommen wir auch direkt zu deinem dritten Tipp, denn das ist der Titel und die Texte. Du kannst auf jeden Fall davon ausgehen, dass nachdem der Gast sich die Bilder angesehen hat in der Verkaufsbox und in der Kacheloptik, dass der im nächsten Schritt hergeht und schaut, was hat denn diese Unterkunft sonst noch so. Das heißt, was würde mich jetzt noch davon überzeugen, diese Buchung vorzunehmen. Hier würde ich jetzt hergehen und zum Beispiel sehen, ist es Design Fivo Heidetraum mit Wallbox und Terrasse. Und das, was so gut hier ist an dem Titel, ist, ich sehe sofort, es gibt eine Wallbox und es gibt eine Terrasse. Das sind Alleinstellungsmerkmale und ein Titel sollte immer Alleinstellungsmerkmale und den Markennamen der Unterkunft beinhalten. Den Markennamen, den brauchen wir, das ist Fivo Heidetraum, um über direkte Suchanfragen auch gefunden zu werden. Denn wenn dieser Gast jetzt zum Beispiel Bock hat, über Google zu gehen und uns direkt zu buchen und nicht über Airbnb, kann er das machen, weil er hat den Namen davon, Fivo Heidetraum. So kriegen wir mehr Direktbuchungen und sparen uns die Kommission bei den Reiseplattformen. Sehr, sehr gutes Marketinginstrument. Deswegen ist Branding bei Ferienwohnungen auch so wichtig. Als nächstes haben wir das Thema USPs, Unique Selling Points, also Alleinstellungsmerkmale. Hier haben wir eine Wallbox und eine Terrasse. Das haben die wenigsten Unterkünfte in der Region, das haben die herausgefunden und deswegen steht das auch hier oben mit drin. Das heißt, wenn ich jetzt auf der Suche bin, als potenzieller Gast und ich habe ein E-Auto und ich will aber im Sommer draußen sitzen, dann ist das meine Unterkunft, weil die hat genau das herausgestellt. Und das ist halt eben so wichtig bei der Titelfindung, weil ich sehe das sehr, sehr häufig. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel mal schauen, was es halt eben für andere Ferienwohnungen gibt und was sie da teilweise für Titel haben, dann weißt du halt eben ungefähr, wovon ich spreche. So, ich nehme jetzt einfach mal drei übereinander Beispiele. Ferienwohnung an der Lead macht nichts auf. Wofür steht diese Ferienwohnung? Wir wissen es nicht. Nächstes. Ferienhaus Heideglück. Das ist einfach nur der Marktname höchstwahrscheinlich. Aber was zeichnet diese Ferienwohnung jetzt aus? Weder hier, in der Kacheloptik sehen wir das, noch hier bei dieser Wohnung und hier bei dieser Wohnung auch nicht. Und das sind drei Ferienwohnungen, die ich gerade wirklich komplett random hier rausgepickt habe und das sind die meisten Gastgeber. Die verstehen nicht, warum die wenig Buchung erhalten. Die sehen dann halt eben einfach nur, ja, ist gerade nichts los im Buchungskalender, ich verdiene anscheinend wenig Geld, Airbnb funktioniert nicht. Aber die haben einfach nicht verstanden, dass die auf Zielgruppe optimieren müssen mit der Verkaufsbox, mit der Kacheloptik und mit Titeln und Texten, um die zu erreichen. Weil wenn du nicht die perfekte Zielgruppe direkt vor Augen hast und diese ansprichst mit deinem Inserat, dann funktioniert das auch nicht. Und deswegen hier noch Ferienwohnung am Hang. Was soll das jetzt für mich aufmachen als potenziellen Gast? Deswegen gehen wir wieder auf das Musterbeispiel zurück. Hier als richtig gemacht, Fevo Heidetraum, aber dann halt eben noch mit den USPs mit dabei. Mit dazu wichtig sind auf jeden Fall die Beschreibungstexte. Hier ist es wichtig, dass wir diese so übersichtlich wie möglich für den Gast gestalten. Das heißt, hier wurde zum Beispiel besonders auf Bullet Points gesetzt, um wirklich super minimalistisch zu zeigen, was sind die Key Features meiner einzelnen Räume. Schlafzimmer, bequemes Doppel-Box-Springbett, abdunkelen Gardinen und Smart-TV. Mega nice. Badezimmer, voll ausgestattetes Badezimmer, große Dusche, Shampoo, Seifenspender sind da. Das heißt, mit den Texten hier werden auch automatisch Fragen beantwortet, die der Gast wohl möglich hat, wenn er diese Ferienwohnung buchen möchte. Und jetzt sichert eben das zu jedem Raum und kriege jede Frage, die ich vielleicht gerade im Kopf habe, beantwortet. Und dann hast du am Anschluss halt eben noch einen Text mit dazu, was halt eben ungefähr noch bei der Unterkunft zu beachten ist, was da sonst noch so alles zu finden ist. Dann hast du die Ausstattungskriterien und dann hast du halt eben auch schon als potenzieller Gast eine Kaufentscheidung getroffen, weil jetzt weiß ich doch schon, diese Wohnung hat alles, was ich brauche. Diese Wohnung ist genau auf mich abgestimmt und wenn ich jetzt diese Unterkunft buche und das jetzt zum Beispiel ein Ferienhaus, wir haben so acht Gästen und ich bin derjenige, der für acht Gäste eine Unterkunft bucht, dann bin ich mir sicher, dass diese sieben anderen Gäste glücklich sein werden mit meinen Entscheidungen, weil ich muss ja halt eben auch dafür bürgen, dass ich was Gutes finde, eine gute Unterkunft. Dann kann ich aber hier sicher sein, jawohl, hier kriege ich das Richtige, weil die haben mir alle Informationen gegeben, die ich benötige, um eine einwandfreie, gute Kaufentscheidung treffen zu können. Und deswegen würde ich jetzt buchen. Der Preis, der ist natürlich auch wichtig, aber der ist halt eben nicht das wichtigste Merkmal jetzt für mich. Wenn ich jetzt hier 144 Euro die Nacht halt eben bezahle, bei einer anderen, aber auch 120 Euro, würde ich mich trotzdem für die hier entscheiden, weil da bin ich mir sicher, ich habe hier ein gutes Erlebnis, eine gute Experience und dafür bin ich bereit, auch mehr zu zahlen. Ich gucke mir mal kurz den Buchungskalender an. Der ist sehr, sehr gut. Wir haben aktuell 23. Oktober, komplette Oktober noch ausgebucht und dann halt eben immer wieder zwischendurch Buchung. Es ist halt eben einfach perfekt. Und das sind halt einfach nur Inserate, die dann halt eben zu diesen oberen 10% der Unterkünfte gehören. Das hat selbst Airbnb hier ausgezeichnet und das ist kein Zufall. Das kann man lernen. Du kannst lernen, perfekte Inserate zu gestalten und wie ein Profi deine Wohnungen zu optimieren, um den bestmöglichen Übernachtungspreis zu erzielen. Damit meine ich den höchstmöglichen Übernachtungspreis. Und halt eben so möglich viele Gäste wie möglich auf dein Airbnb Inserat zu ziehen, damit diese draufklicken und dieses buchen. Und wenn du lernen möchtest, wie das Ganze funktioniert, dann kannst du dir halt eben auch bei uns ein kostenfreies Erstgespräch buchen und wir können uns einmal damit auseinandersetzen, wie dein Inserat besser optimiert werden kann und wir können dir auf jeden Fall helfen, deinen Weg als Gastgeber noch erfolgreicher zu gestalten oder vielleicht auch, wenn du komplett neu bist im Bereich der Airbnb Vermietung und Vermarktung dir auch genau zeigen, wie du starten kannst. Das war es von mir. Ich war Niklas vom Vivo Butler. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020